Ich hab das hier. Ja? Wartes Passwort wahrscheinlich. Der Fieksnummer. Wenn ich... Ich hab das geschrieben, gell? Hm? Was hat er gesagt? Äh... Ja, was? Er will danach noch... Ich hab gefragt, was dein Lieblingsmaier bist. Dann soll er da noch einspielen. Er sagt, okay, Karneval-Patrick. Hahaha Okay, Patrick wird die Map nicht kennen, aber egal. Ja, einfach. Wie ist was? Die zwei. Da unten. Da unten. Blends a ball quick. Da nicht. Da auch nicht. Da geht's. Oho. Nice. Aber... Danach safe, fertig. Er hat es vor drei Games. Safe, safe, safe. Und unter dem dritten Game wird... Machen wir es nochmal. Und unter dem safe ist. Der Termin ist echt richtig. Aber das ist nicht richtig. Wenn du läst. Laufband, lauf... Laufband. Hm, geil. Das war B1 gut. Ja. Ja. Soll ja schnell gehen. Mach da noch eins. Ja. 2 auf Karneval-Patrick wieder safe. Ah ne, Wachabrik. Das ist bestimmt ein Schmutz-Map. Ja. Also extrem kompliziert für dich. Sicher. Der Rudel-Mitglied. Hede-Thema. Das Wolf Team wird reden. Im Planting. Warum kommt Hede jetzt online? Unsere? Guckt keiner hinter mir? Ja. Nö. Du hinter mir? Ja, ich hinter dir. Aber trotzdem kann er dich... Kommt die hinter mir. Ja, eigentlich. Habt schon gedacht, gell? Habt schon gedacht. Trotz allem tot. Wenn der da guckt. Weil der... Ja, wollte ich dir sagen. Aber auch nicht. Ja, ich bin auch... Eigentlich wollte ich jetzt schon dein... ...Schmutz-Cover. hehehe Boah Lol, da ist auch hier Answer, Boris Die Bärnsblenden. Kann man noch verlieren. Ja, verlieren wir. Kann man safe noch verlieren. Als ob er das weiß. Ja, mei. Ja, mei. Kann man schon mal machen. Kohl's holen. Oh, okay. Wir haben keinen Teumot machen. Sperrwassle. Nee, nicht. Wie ist sie? Nicht schon wieder. Patrick, der Hoden klatscht. Hoden klatscht, alter. Nöte. Mein Fail. Ich glaube, man kann den Kopf sehen. Aber ich weiß nicht. Das kann man noch verlieren. Messer ihn, messer ihn. Kannst du ihn rückmessern können. Er hat sich nicht gekaut. Ja, weil er seinen Swap gehört hat. Ja, wenn du schon bei ihm bist, dann hat er trotzdem keine Chance. Ja, ich wollte einfach nicht verkacken. Ich hab nicht mal den tötet. Der schreibt, du Hund, der schreckt mich nichts. Ware ist, du. Wo Ware ist, du. Mitte? Oben? 1-B12-Vorraum. Aber er hat einen Body von dem Zett. Okay, ich kann verkauf. Du hast nichts verkauft. Du hast nichts verkauft. Ich muss ein Auge zuhalten. Ja, dann... Was ist? Hast du was im Auge? Dann nimm es raus, alter. Nimm die Scherke und raus damit. Der hatte... Der hatte vorne drin zum Lantern. Es ist bloß, wenn man ein Auge zu hat. Ich bin der Patrick. Ich bin allein auch hier. In der Mitte. Geht bei 1 hoch. Wie gesagt, er ist bei 1 hoch. Einer noch bei 1. Blanted. Wahrscheinlich beide. Ja. Einer rechten und einer links. Andana jump. Oh. Also, langsam. Sollten wir mal wieder gewinnen. Ja, dann mach mal was. Okay. Machen. Jawohl, machen. Ich komm mit der hoch. Oh. Noch einer. Ja. Dann komm mal. Blanted. Ich zeig mich nicht bis du da bist. Nein. Oh. Komm zu zweit. Erstmal runterfallen. Erstmal Vollschaden. Kann man verlieren. Aber heftig. Geh weg, ge weg. Ge weg, ge weg. Ich hätte auch ein Drüppel werden können. Ja. Ja. Und wer ist definitiv behindert? B2. B1. Dann hab ich was anderes gehabt. Dann geh ich B1 hoch. Einen hab ich. Einer beim Bombenplatz und der andere beim Andringlaas. Ja. Wollen wir rein, oder? Ja. Wie hab. B-Mitte, Oben, 2. Ich hab Schiss. Eine Unterführung. Geht Richtung B2. Gut. Ja du holst hier wieder das Ass, du Arschloch.